dann ist dann eine prüfungsphase vorbei komplett komplett märz oder ich habe am 9 märz bin ich durch dann werde ich sehr krass drei harten dann denkt weil am 13 wollte wo man mit mir wegfahren aber du kannst ja wahrscheinlich ganz ja schon nach den krassen prüfungen ist nix in zwei wochen kommen die nieder am 7 und 6 7 und 8 oder oder 8 und 9 war das habe ich drei prüfungen also in zwei tagen drei prüfungen deswegen das häuft sich jetzt gerade immer mehr an eigentlich mit dem stelle dem entwicklung hat zu viel zeit ja diese verfickte wunderschöne jetzt mal okay das fakt mich so ab dass die da nichts gemacht haben dass man topseiten werden was passiert ich darf nicht mit kuren jetzt haben wir genau das selbe team wieder fett ja 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 entblähten ok bist du nicht auf deutsch gerade oder ich bin noch nicht gelust ich muss eigentlich gegostet also kannst du quasi durch sachen durchlaufen nehmen warum eigentlich nicht ja heute drüber nachgedacht die leute die da angestellt sind für die skins immer links rum die haben mir selbst ihre favoriten champs deswegen mögen die es halt so akali und so weiter zu zeichnen weißer und das kür das ist sehr gut und dem wundervoll alles die gar das ist ultra hüge Sorry. Ey dieser Hurensohn, verbiss dich mal. Jetzt hat Amumu einen richtig geilen Jungle anfang. Ja, ich glaub du kannst dann mal Recoint weg danach noch. Und dann Red Buff Gang. Ich hab Auto Attack an. Das war so klar, Alter. Das ist der Anleisch jetzt nicht so geil gegen Kaiser, ne? Das ist der Anleisch jetzt nicht so geil gegen Kaiser, ne? Hey, Digga. Die Pristana wird jetzt eh gleich reinspringen. So, klar. Ich hab doch so kein Bock mehr schon auf der Bot. Nein. Ja, ich hab ja noch keinen Bock mehr gehört. Aber es ist der Anleisch? Nein. Es ist der Anleisch. Es kann ja auch sein, aber es kann ja auch sein. Es kann ja auch sein, es kann ja auch sein. Naja, das ist der Anleisch. Aber jetzt fahrrad-eini. Ratsachst Mounta hierbei. Und das ist der Anleisch in der Tone daran. Ja. Ja, das ist der Anleisch. Es gibt halt nur ein Block oder ein Block. Das ist der Anleisch. Das ist der Anleisch. Und jetzt drüber da oben. Das ist der Anleisch. sein dass es jetzt rete pidegarten keller ist aber ich glaube die pustel ein deswegen das wahrscheinlich wenn nicht so gut er ist ja auch nicht pushen dann ist die wäsche versterben tp nicht damit ich noch ein tp ab ja hier alte viel zu früh die wäsche nicht pushen jetzt in die rein 2 aber ich dachte mal umgekommen noch bot 3 0 bis schon Jida ist auf jeden Fall ein Human Being. Ey, das ist doch ganz Low Level Normals hier, I guess das nicht, ne? Couldn't kill us. Das sind halt richtige Bots. Also alles zum Glück noch Botchlands. Weird, dass auf einmal das Eilister kam. Kann ich hier, Amumu? Ne, niemals machen wir da was, niemals. Ja, weil ich Kulons habe auf alles, 30 Sekunden. Digga, du kannst da auch attacken. Ja, 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 mit meinem... Wie hast du meine Eilis? Ja, weißt du, wie Damage Amumu macht mit einem Red Buff? Ja, aber weißt du, wie Damage Irelia macht? What the fuck? No Stacks. Ich hatte Full Stacks innerhalb von 5 Sekunden, Digga. Okay. Genau, bitte. Aber nicht bei allen Minions. Oh, die Full Stacks Irelia, oh. Noch ne Q? Ja gut, jetzt war sie halt Low. Shut up. Ja, aber noch keinen. Die haben sie da. Aber an der Jena, ja. Aber an der Jena, ja. Ist völlig fair. Ist völlig fair. Hey, let's defeat. Boah, nein! We got it! Oh mein Gott. Ah, scheiß drauf. FF. Guter Flash von ihm. Das ist so bad jetzt für mich gerade. Ich bin jetzt richtig am Arsch. Was macht eigentlich die W von Irel? So viel Damage, Digga. Das ist richtig dumm. Aber vielleicht magst du das auch einfach. Gibt es viele Räder mit einem Player, die das magsen? Ah. Die hat legit... Die macht mit ihrer W mir irgendwie 200 Damage oder so. Und ich kann... Man kann es halt nicht dodgen, weil das halt quasi ein Insta-Proff ist. Cringe, 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 cringe. Digga. Er hat sich ein fucking cool in so'n Ward, ey. Dieser verfickte Bastard, ey. Digga, was ist das? Oh, Mann, ey. Lucky. Mooooooon. Na, wir kommen nicht mehr raus. Irelia ist auch noch da, ne? Ah, wir haben einen Point-Flip-Roam von der Irelia, Digga. Ein Lucky. Wenig, das bist du rausgekommen, Alter. Die hat nichts bekommen und verliert jetzt die halbe Wave. Hm. Du wirst den Kenn sogar. Ja, Tristana fickt halt Kaiser so hart den Arsch. Das ist lächerlich. Mach eben Level 6, dann fahre mich runter. Das Problem braucht, glaube ich, keine Hilfe mehr. No. Doch. Doch, der noch nie. Hm. Er lernt wenigstens richtig seinen Champions spielen, wenn er nur 15 spielen muss. Ja. Will ich ficken? Da, ey. Let's go. Oh, mein Gott. Der ist Level 5, der ist Level 5. Silas L. Ja, ja. Go, go, go. Ich bin da. Okay. Das Silas ranzhocken? Lass mir den killen. Ja. Digga. Sollst du den jetzt von dem oder was? Ja, obviously. What? What are you? Labyrinth. Was soll das denn? Das hat immer so gesagt. Was? Labyrinth. Ich bin Autist, Digga. DLS, Digga. Dieser Hurensohn. Ne, dann sind die Leute. Aber dass der Autist ist, war ja schon vorher klar eigentlich. Eigentlich schon, ne? Mach aber auch so ein Announcement-Video, eh? Als ob das was Neues sei. Ey, die haben das immer noch nicht mit den Partikeln gefixt. Wie cringe ist das denn? Was für Partikel? Dass die auf der rechten Seite da sind bei mir. Und die sind, äh... Oh? Äh... What? What? What is this? Digga macht der Schaden, der sei das. Okay, Tristan hat random geflasht und googelt. Seit by the way vor 20 Sekunden noch 3 Pots gab. Was sieht denn da unten aus? Warum macht ihr... Aber, äh... Das hat mich jetzt auch ein bisschen irritiert, warum er so... mal so viel auf einmal war. Okay. Come on, kill den. Kann ich den nehmen, bitte? Nice, good job. Das hat mich jetzt aber auch gerade mit dem Silus ganz doll irritiert, dass er so viel Damage auf einmal kann. Du hast die Sekunde vorher... Du hast gesagt, dass er viel Damage macht, aber das war trotzdem irgendwie unerwartet. Ja, bei mir genauso. Der hat eine Kuh rein, Digga. Ein Autodeck, ich verheible. What is this?! Ja, aber du bist... Aber du bist halt ein ADC, das ist noch ein anderes. Ja, aber... Ich bin ein Abomu. What the fuck are you guys doing?! Die Irelia ist auch ein komisches Wesen, ne? Ja, das sind solche Bots, ne? Ja. Digga, die Tristana dachte jetzt einfach, dass sie in mich reinjumpen darf. What the fuck, alter. Was wollte ich gerade erzählen? Achso, ja, Digga, als den Kill da gerade der Kaiser gelassen, was die Menschen, äh... Was die Riven sagen würde, ey. Okay. Oh, geil, ey. Oh, geil, ey. War ja ich. I want to, ich hab hier alles, Giusei, meine Sums, ey. Boah, lass das FF'en, Mann! Das war bis jetzt der, 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 der Peak auf jeden Fall von der Irelia. Ja, das, that's what's wrong, Mann. Das ist halt der lachsigste Typ der Welt. Ja, das ist trotzdem bei mir gewesen, in meinem. Der kommt da mit wahrscheinlich gleich. Ich geh einfach full ap, mal gucken, was passiert. Trinkst du immer noch Kaffee? Warte. Bitte? Hallo? Ich hab nicht verstanden. Hallo, ich hab nicht verstanden, was du gesagt hast, du Buchensohn. Ey, das ist doch so lächerlich. Die hat die ganze Zeit... Und jetzt kommt der Seil, das wieder. Wisch... Jax, der kommt nicht, by the way, mittler. Mittler, ne? Pass auf. So ping, Digga, du dummer Ruf und so. Hey! Langsam reicht's hier aber auch mal. Der Jax hat einfach die Crap gemacht, ey. Er kommt gleich für den Red Buff. Ah, ne, hier, Digga, ist er echt hier. Oh, Leute. Oh, Ruf, ich hab ein Mist. Hast du mir den Red Buff, bitte? Ja. Danke. Ja, Red Buff of Sunch ist so geil, ne? Ist mal ein okay. Oder Rylas, hast du quasi so ein In-Build Rylas? Hast du schon mal Sinch mit Red Buff gespielt? Wir können das spielen, ey. Okay. Ja, das musst du mal machen. Das ist mehr satisfying als... ...als... 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 ...we dive in den. Okay, hier. Ich denke. Ich hab Gouldons. Ah! Nice. Nice. Den killen wir auch noch. Aber er hat maybe igniert. Dann werde ich cringen. Go, 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 go! Hier, kill die, kill die Kai! Digga, als ein Maul, Mann. Fährt nicht mal Level 11, Bro. Hallo? Machen wir da eigentlich? Ja, äh... Hallo? Wir würden einfach mal... ...einfach ein, zwei Hits auf den Tower machen müssen. Ja, trolle. Es... ...es fehlte ein Out-Attack, Mann. Also, und ich war schon die ganze Zeit... Ja, ich war die ganze Zeit schon... Oh, das neue Star Wars ist so geil, Alter. Oh nein, Tristana, bitte töte ich mich. Hat Tristana old? Die sind am Dragon. Hat Tristana old? Hat Tristana old? Ja, ja, die hat noch old. Ist mir sicher. Guck mal, ob ich die jetzt One-Shot im Hotline... Wir sind doch nicht am Dark geworden. Oh, doch, doch. Mad, Mad. Leute? Ja. Hier unten, help! Er braucht keine Hilfe, ey. Lab. Ich will mal aufziehen. Oh, Mad, ey. Imagine... Ach, ich will das gar nicht aussprechen. Was? Imagine, die verliert. Gegen Kassel.